Hier seht ihr die Queen Elizabeth im Hafen von Kiel. Superschöner Luxusliner, grauenhaft schön, gutes Essen. Wir werden jetzt an Bord gehen, jeweils schon an Bord. Jetzt sind wir schnell mal runter, dass wir für euch schnell noch ein paar Videos und Filme machen können und werden euch dann mehr erzählen. Wir sind jetzt hier im Hafen von Kiel. Wir sind mit dem Zug angereist und fahren jetzt nach Saushemden über Seebrück, Belgien und dann wieder zurück nach London. Und von da aus fliegen wir dann am Sonntag zurück. Drei Tage einfach ein bisschen Fun haben. Bis dann. Tschüss.